Moin, hallo und willkommen zurück zu einem neuen, ja, Let's Play würde ich jetzt mal mal sagen. Es ist diesmal kein Wimmel-Spiel, weil ich gerade keins mehr da habe, beziehungsweise muss ich da mal nachhaken, ob ich noch mal was machen darf. Und in der Zwischenzeit spiele ich mal ein bisschen was anderes. Das ist ein, ich weiß gar nicht, Puzzle-Game mit Mystery-Atmosphäre und sowas. Das hatte ich schon länger mal gesehen und mich würde interessieren, was da so hinter steckt. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Escape-Room ist oder sowas in der Richtung oder was ganz anderes, weil das Story dahinter... Ich schaue mal und ich hoffe, ihr auch. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Oh, Tutorial, dann haben wir auch noch. Klicke, um zu beginnen. Okay, wir klicken. Klicke und ziehe die Maus, um dich umzusehen. Okay, aha, wir können also... Oh. Okay, wir können hier oben drauf gucken. Doppelklicken auf den Briefumschlag, oben auf den Save, um ihn anzuvisieren. Okay. Schieben den Umschlag raus. Oh, cool. Das ist eigentlich für ein Handy gedacht oder sowas, glaube ich, ne? Äh, du bist hergekommen. Ich wusste, dass deine Neugier siegen würde. Die Antworten, die du suchst, befinden sich in dieser Kiste. Und etwas anderes auch. Etwas, von dem behauptet wurde, es könnte niemals gebaut werden. Nur dieses Exemplar existiert und es ist der Schlüssel zu unfassbarer Macht. Dieser Tresor soll es dem Zugriff von Kleingeistern entziehen. Du wirst deine Geheimnisse zweifelsohne lösen können. Du warst seit jeher der Klügere. Naja, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Schon ein bisschen Banane geworden mit der Zeit. Mit dem beiliegenden Schlüssel erhältst du mein Abschiedsgeschenk. Dieses Okular solltest du stets bei dir tragen. Ohne es bist du ebenso blind wie alle anderen. Kleiner Missingschlüssel. Okay. Drehen. Moment. Okay. Oh, nice. Okay. Jetzt muss ich den auch noch drehen. Wow. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gekriegt. Du musst ja alles machen. Nimm das Okular. Wenn du mich fütterst, überlebe ich. Wenn du mich drängst, sterbe ich. Seltsames Okular. Klicke auf das Okularsymbol. Es tut aber nichts. Vielleicht fehlt etwas. Was sagt die Notiz dazu? Okay, das Okularsymbol. Doppelklick auf die Notiz, um es anzuvisieren. Okay, das hat man schon gelesen. Ein Rätsel. Die Lösung muss hier irgendwo sein. Wenn du mich fütterst, überlebe ich. Wenn du mich drängst, sterbe ich. Wenn du mich fütterst, überlebe ich. Wenn du mich tränkst, sterbe ich. Füttern ja, tränken nein. Also Wasser ist nicht gut. Rechtsklick, um zu zoomen. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Ich muss mich ein bisschen an die Störung gewöhnen. Aber das ist ein bisschen was anderes. Das ist jetzt hier. Ist das hier immer Raum? Oder ist das... Füttern mit Wissen vielleicht das Buch? Oder was? Weil wenn ich es tränke, dann sterbe ich. Dann wäre das... Das wäre ein Buch oder sowas. Hätte ich jetzt pauschal gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich kann die Bücher ja nicht anklicken hier, ne? Kann ich zoomen? Zoomen kann ich auch nicht. Das ist ein bisschen Gewinnungsbedürftig, muss ich es zugeben. Jetzt haben wir ein Fragezeichen. Das heißt, wir können jetzt einen Tipp holen. Talisman. Okay. Könnte ich mir das Ding nochmal angucken? Wenn du mich fütterst, überlebe ich. Wenn du mich tränkst, sterbe ich. Füttern? Ich hätte ja gesagt, ein Buch wäre das, ne? Eigentlich war ein Buch. Kannst du mit Informationen, also mit Wissen füttern. Aber wenn du es halt mit dem Wasser machst, geht es nicht. Ein paar meiner verstopptenen Bücher. Die werden mir hier wohl nicht helfen. Okay, man kann sie aber trotzdem angucken. Oh ja, ich muss gucken, wo man die Maus hinmacht, damit man drehen kann. Das ist ein Gewinnungsbedürftig. Ohne Linse ist es nur ein Okular. Okay, wir müssen also eine Linse finden. Okay, dann können wir da wieder raus. Kannst du nur das Ding hier angucken, männlich? Ich muss hier echt draufklicken, ne? Da kann man nichts gucken. Das sind Zahnräder. Hier muss also was rein. Hier. Moment, kann ich da... Ne, Okular bringt mich ja nicht weiter, ohne Dingens. Wir haben ja keinen... Was ist das hier? Pause? Achso, okay. So, mit rechts geht wieder raus. Können wir nur hier gucken, oder was? Mehr nicht. Mehr geht hier nicht. Das sieht aus wie ein Schrank, muss ich zugeben, hier. Nicht nur ein Safe oder so? Hm. Wir haben nur den Raum hier. Da konnte ich nichts anklicken, ne? Es geht eigentlich nur um... Es geht nur hier rum. Okay. Hier ist aber nichts zu sehen, ne? Ich muss mich erst mal dran gewöhnen, an die Steuerung. Kann ich da noch was gucken, da drinne? Ist da noch irgendwas drinne? Wow. Ne, ist nur das Okular drinne. Wenn du mich fütterst, überlebe ich. Wenn du mich tränkst, sterbe ich. Hm. Ich hätte gesagt Bücher. Das wäre das Einzige, was mir jetzt einfallen würde. Aber er sagt mir, Bücher helfen mir nicht weiter. Hm. Könnte ich noch was anderes sehen? Ne, ne? Nur Dingens. Das würde eigentlich gut passen, Bücher. Aber anscheinend nicht Astronomie. Ja, okay. Interessant. Das könnte ein bisschen länger dauern. Ich muss erst mal gucken, wie das funktioniert hier alles. Und meine Konzenten mal wieder ein bisschen Fahrt bringen. Die scheinen ja ziemlich eingestaubt oder schon ziemlich im Eimer zu sein. So wie es aussieht. Das hätte ich schon längst gefunden. Hier, da, guck mal hier. Da ist irgendwas. Ein merkwürdig geformtes Schlüsselloch. Okay. Das heißt, hier vorne können wir auch gucken. Können wir da auch was schieben? Ein ehrlich gefürmtes Schlüsselloch. Also wir haben hier mehrere Schlüssellocher anscheinend. Hier aber auf der Seite nicht, ne? Ne, da nicht. Was ist das hier? Guildford, England. World Renowned Talisman. Erst 1807. Guaranteed Thief and Fireproof. Das könnte ich eventuell losschrauben, wenn ich irgendein Werkzeug hätte. Aha, wir brauchen auch noch Werkzeug jetzt hier, oder was? Was ist eigentlich mit diesem Bildflackern da oben? Das irritiert mich mal. Wir müssen... Also hier können wir nichts machen. Wir können echt nur an dem Gerät hier arbeiten, oder was? Das sind Füße. Jetzt habe ich die offensichtlichsten Sachen, habe ich jetzt schon gemacht, ne? Hier in den Füßen ist nichts zu sehen, ne? Was ich ein bisschen hier hatte, ist, warum ist es auf der Seite nichts? Hier kann ich nichts gucken, ne? Die Seite ist... Anscheinend uninteressant. Ich kann drüber gucken, aber nicht drunter, ne? Anscheinend nicht, okay. Ich hätte was mit den Büchern da angefangen, aber anscheinend nicht. Da ist eigentlich unser Schlüssel hin. Ohne Linse ist ein einfaches Okular. Das heißt, wir müssen jetzt mal Glas finden. Da hinten ist die Tür. Da sind wir reingekommen, oder was? Schlüsselloch. Wir haben aber keinen Schlüssel, ne? Wir haben keinen Schlüssel. Wir haben nichts. Das ist ja ein bisschen... Ein bisschen mau, ne? Wie solltest du stets bei dir tragen? Ohne es bist du ebenso blind wie alle anderen. Kann ich dich zurückpacken? Ne, ne? Ne. Hier kann ich auch nichts mehr anfangen. Ne, ne, ohne Linse ist es nutzlos. Okay. Was ist das? Wir müssen erst eine Linse finden. Wir müssten also erst irgendwie weiterkommen. Ja, das fängt ja schon gut an. Das erste Rätsel. Und ich bin schon so doof dafür, oder was? Hm. Ich hätte gesagt das Buch. Aber ich sehe hier nichts, was buchmäßig zählen würde. Da kann man nichts anklicken. Ich glaube, es zählt nur das Ding hier, ne? Ich will immer noch hier was klicken, aber ich darf nicht. Da ist ein Licht. Warum liegen die Bücher eigentlich hier oben? Würde mich mal interessieren. Kann ich die nicht wegnehmen? Ne. Werde mir hier wohl nicht helfen. Warum sagt er das? Oder sie? Ich bin mir gar nicht sicher. Es ist eine andere oder eine sie. Kann ich nicht genau sagen. Wenn du mich fütterst, überlebe ich. Wenn du mich drängst, sterbe ich. Ich weiß noch nicht genau, inwieweit das gemeint ist. Da steht ein E noch dran. Ich eh. Wenn du mich fütterst, überlebe ich. Wenn du mich drängst, sterbe ich. Wieso habe ich hier immer so einen komischen Wortfetzen hier in meinem Dinges? Wie fühltest du, überlebe ich? Wenn du mich drängst, sterbe ich. Das wäre für mich ein Buch. Oder ich denke schon, das ist zu kompliziert. Tja. Da könntest du... Oh, die können wir anklicken. Feuer, Holz füttert es, aber Wasser löscht es. Ich sollte es wohl mal mit Drücken versuchen. Oh, ein merkwürdiger Schlüssel. Alles klar. Mit diesem Schlüssel ist was recht ungewöhnlich. Ich sollte ihn mir genauer anbetrachten. Drehen. Wow. Ich kann das Ende auch mal drehen und die Form des Schlüssels ändern. Wow, okay. Da ist noch so ein Ding. Ist da auch was? Erde. Brauchen wir noch nicht. Ah, okay. Ja, macht Sinn. Feuer, ne? Frisst was und... Okay. Ich bin nur doof. Können wir den jetzt benutzen hier? Passt nicht. Schlüsselt die falsche Form. Okay, dann müssen wir dich drehen. Okay. 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 Inventar, ich habe gefunden. Eine gravierte Metallplatte. Es scheint, als ließe sich das Ende als Schraubenschlüssel verwenden. Aha. Okay. Wir wissen schon, wo wir das brauchen. Hier hinten. Ich muss mich erstmal ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Hier, ich bin noch nicht ganz... ganz drin. Das finde ich echt cool gemacht. Eine Linse. Sie sieht aus, als würde sie in das Okular passen. Oh, Backe. Ähm. Ist das eine gute Idee? Guck mal, selbst da hinten steht noch was. Okay. Das ist ein bisschen unheimlich. Kann ich hier den Schlüssel nochmal modifizieren? Drehen. Ziehen. Oh. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich drehen muss jetzt hier. Wo ist denn hier oben? Wo ist hier unten? Das sieht aus, als würde es passen. Aber irgendwie... Das ist ein bisschen unheimlich. Ah, okay. Die Mitte bleibt. Alles klar. Da muss ich das nach der Mitte ausrichten. So rum. Okay. Unheimlich. Sieh mir einer an. Das soll dich rausholen und mir genauer anschauen. Bist du sicher? Kapitel abgeschlossen. Schöner Fortschritt. Aber meinst du wirklich, du hättest dein Können schon bewiesen? Spiel fortsetzen. Ach krass. Das wird ein Kapitel unterteilt. Okay. Das erste Kapitel war ein einfaches Kapitel. Also bin ich ziemlich doof. Das wird ja spaßig. Ist auch schon wieder spät. Perfekt. Nächstes Kapitel. Diese drei Siegel verwehren mir den Zugriff auf den Inhalt der Kiste. Fest verschlossen. Es muss eine Möglichkeit geben, sie zu öffnen. Okay. Okay. Da ist ein Auge. Eine Platte mit einem Augensymbol scheint sich nicht zu bewegen. Was ist das? Zahlenkombination. Okay. Die kennen wir leider noch nicht. Eine Platte mit einem Zahlensymbol scheint sich nicht zu bewegen. Okay. Da muss was rein. Runde Ausspannung scheint mit dem Michaelismus im Inneren verbunden zu sein. Okay. Da sind auch irgendwelche Dinger. Okay. Warte mal. Hier ist was. Gar nichts, gar nichts. Da ist ein Schlüsselsymbol. Kann man hier gar nichts, gar nichts machen? Oh, wie war denn das Schlüsselsymbol? Das Ding hier. Da ist gar nichts. Was ist denn gar nichts? Ach so, warte mal. Wir müssen wahrscheinlich drehen und gucken, ne? Ist hier vielleicht noch was versteckt? Ne. Wir haben ein Ding. Wir haben ein Ding, aber die nicht. Okay. Hier ist eins. Das ist so ein Viereck-Dingsy. Okay. Okay. Viereck-Dingsy oben links. Ist das vielleicht unten irgendwo am Fuß jetzt? Das sind eckige Füße. Das sind runde Füße. Hier zwischendrin. Interessant. Okay. Wir haben zwei Dinger gefunden. Vielleicht sind die anderen hier mit dem Okular zu sehen. Wow. Was ist das denn? Das ist ein Fingerabdrück. Ein altes Liga-Bundes Buch. Der Buchdeckel wirkt sehr verziert. Da ist noch ein Symbol. Okay. Das ist jetzt so ein verschnörkelter Schlüssel nach oben. Okay. Gucken wir mal. Verschnörkelter Schlüssel nach oben. Das Ding hier. Wow. Der letzte, der war richtig. Ein schwerer gusseiserner Schlüssel. Gusseiserner Schlüssel. Der passt hier, glaube ich, nicht rein. Gusseisern. Das hört sich mal an, als wenn da einer unterwegs ist. Ein Gusseiner, der passt doch hier nicht rein. Nee, der passt doch nicht. Gucken wir mal. Was sagt denn hier unser schlaues Okular? Wow. Okay, das ist... Wer baut denn sowas? Das ist das andere Symbol, was ich brauchte. Okay. Das ist eine 5. Das ist eine 7. Oh, du musst den richtigen Winkel haben, damit eine Zahl draus wird. Das ist eine 6. Unten... Also links 5, rechts 7. Unten 6. Und oben... ...ne 2. Moment, gehört das zusammen? Nee, 2. Müsste passen. Wo waren denn Zahlen? Ah, hier. Oben eine 2. Da eine 5. Das finde ich ja ziemlich abgefahren. Da eine 7. Und unten war eine 6. Okay. Was zum Geier? 11. Februar. Bei meiner Forschung kommen nur langsam voran. Mit diesen stümperhaften Geräten kann ich kaum etwas erkennen, aber da ist etwas. Zwischen Erde und Feuer, zwischen Wasser und Luft. Sehen kann ich es nicht, aber ich erkenne, dass es da ist. Wie der Schatten eines Objekts ohne Materie. Der doch Gestalt und Form des Objekts verrät, das ihn wirft. Es ist das letzte Element, das Null-Element. Es verleiht einem anderen Inhalt, so wie alle Zahlen der Welt bedeutungslos wären, wenn es keine Null gäbe. Die Gesellschaft besteht aus kleinlichen Narren, verblendet von dunklen Künsten und Gier. Alchemie ist nicht die Jagd nach purem Gold, sondern die Jagd hier nach. Okay. Interessant. Zwischen Erde und Feuer, Wasser und Luft. Man kann es nicht sehen, aber man kann erkennen, dass es da ist. Es ist das letzte Element, das Null-Element. Es verleiht allem anderen Inhalt, so wie alle Zahlen. Das Null-Element. Das Null-Element. Da muss was rein. Kann ich mir da was angucken? Da sieht aus, es gehört da was hinten, aber ich bin mir noch nicht sicher. Was haben wir hier? Es riecht verbrannt. Da muss ein Docht rein. Da muss ein Docht rein. Okay, wir brauchen einen Docht. Was haben wir hier? Das sieht wie ein Aufziehmechanismus aus, aber es sollte eine Art Schlüssel geben. Der passt nicht, ne? Ne, leider nicht. Was haben wir denn hier? Hier ein Buch. So, vielleicht. 11. Februar, meine Forschung kommt am langensten voran mit Stimmel. Okay. Hier steht aber das Gleiche drauf. Entschlüssel stand, als wäre er zum Aufziehen eines Uhrwerks. Aha, okay, wir wissen schon, wo der hingehört. Hier hin. Das sieht aus wie ein Projektor. Aber man kann nichts erkennen, ne? Weil Weil der Projektor noch kein Ding jetzt hat. Der könnte nämlich das Feuer nicht anmachen hier. Das riecht verbrannt. Kann ich mir da unten was angucken? Ne, da kann ich mir nichts angucken. Okay, okula. Wir können gerade nichts sehen. Das Ding läuft. Hm. Das haben wir aufgekriegt. Das sieht aus, als wäre es, wenn wir das aufkriegen könnten. Hier fehlt noch ein Schlüssel. Da fehlt eine Kombination. Ich denke mal, das wird das eventgültige Ding vielleicht sein. Oder das hier. Ich bin mir nicht sicher. Hm. Was sagt denn hier oben? Das sieht doch alles gleich aus, ne? Wir können uns die Seiten angucken. Okay. Warum können wir uns die Seiten hier angucken? Da ist ein Stern. Sternförmige Aussparung. Das gehört aber nicht hin. Was ist denn das für ein Schlüssel? Das ist ein merkwürdiger Schlüssel, ne? Hm. Können wir da oben drauf gucken? Ne, wir können nur da drauf gucken, ne? Okay. Jetzt habe ich wieder ein bisschen flaute gerade. Das haben wir schon umgestellt. Das ist rausgekommen. Was können wir mit dem Schlüssel anfangen? Ist verschlossen? Die sind verschlossen. Wir müssen also alle drei Dinger erst fertig haben. Hier fehlt noch ein Schlüssel. Den haben wir noch nicht gefunden. Eine Platte mit einem Schloss-Symbol scheint sich nicht zu bewegen. Der Schlüssel passt hier aber nicht rein. Der hat eine komische Form. Da war nix mehr. Ich fand... Sind das hier was drin? Das können wir hier noch was sehen vielleicht? Warte mal. Das fand ich cool. Du siehst hier nix, ne? Die Platte sieht aber merkwürdig aus. Und wenn du da guckst, siehst du hier drinnen was. Das finde ich cool gemacht. Hm. Ich glaube, sonst war hier nix mehr, ne? Nee, ich glaube, sonst war hier nix mehr. Können wir hier noch was gucken? Ich habe immer das Gefühl, wir können hier noch was abdrehen. Wir können uns das Ding angucken. Warum? Oh. Okay. So, das ist wie ein Miniaturfernrohr. Interessant. Siehst du, ich wusste doch, dass wir da irgendwas machen können. Hier auch. Nee, da nicht. Miniaturfernrohr. Können wir das hier irgendwo einbauen? Was? Okay. Können wir das jetzt da unten hinbauen? Aha. Okay, und jetzt? Können wir da reingucken? Ich muss diese Apparatur zum Laufen bringen, sonst finde ich nichts heraus. Das Ding muss eigentlich... geschoben werden, oder nicht, ne? Nee, da, wir können da gucken. Das Ding läuft doch schon. Aber wir haben leider kein Feuer. Weil da... Das läuft schon, das dreht sich, aber wir können hier nichts gucken wegen dem Feuer. Wir brauchen Licht. Wir brauchen Licht. Die Frage ist, wie mache ich das mit dem Schlüssel hier? Oder was ist das für ein Schlüssel? Hier können wir den auch nicht gebrauchen, ne? Dafür ist er nutzlos. Ja. Wofür ist dieser Schlüssel gut? Wir haben hier oben eine Sternaussparung, aber die können wir nicht benutzen. Der Schlüssel ist dafür nicht zu gebrauchen. Sternförmige Aussparung. Wir haben leider nichts hier, ne? Ich weiß nicht genau, wo wir diesen Schlüssel gebrauchen können. Da haben wir schon gedreht. Hm. Da können wir nichts machen. Tja, ich bin gerade befragt. Hier ist nichts zu sehen sonst, ne? Da ist nichts zu sehen sonst. Wir bräuchten hoch. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier auch draufklicken. Okay. Die Füße sind auch unterschiedlich gemacht hier. Da kann man aber nichts mehr machen jetzt, ne? Da ist Ende. Da ist Maximum. Ja. Ich glaube, dass da noch was ist, aber... Ne. Das ist schon cool gemacht, so was, muss ich es zugeben. Natürlich mache ich wieder so was zu später Stunde, wo ich wieder total Banane bin, was immer gut ist. Das hier ist auch so ein neues Ding, aber das zählt leider nicht. Moment, da kannst du was drehen. Kleines Stück Baumwolle riecht nach Petroleum. Aha. Okay. Jetzt können wir gucken. Nicht? Muss ich das Ding erschließen, oder? Ach, ich muss das hochschieben. Okay, jetzt können wir gucken. Die Apparatur. Ich habe den Eindruck, als hätte ich noch nicht alles gesehen, ob ich mit dem Okular wohl etwas erkennen kann? Warte mal. Warte mal aus. Lass mich gerade mal gucken. Da sind Pfeile. Ich konnte jetzt... Da ist echt nur ein paar Sekunden, ne? Da ist was, oder ist so... Kommt mir das nur so vor? Du Okular, etwas erkennen kann. Den habe ich gemacht. Mit dem Okular hier. Trial. Oh, jetzt hat er sich umgedreht. Versuch. Trial. Ähm, das geht wieder nicht, ne? Okay, interessant. Das ist cool gemacht. Okay. Das passt nicht. Eine Messingplatte mit dem Buchstaben L. Im Betaufiger gefunden. Okay, wir müssen also Trial zusammenbauen. Interessant. Okay, die Platte kommt hier hin. Na, gucken wir mal. Trial. T R A I L Trial haben wir, ja. Jetzt brauchen wir noch Schlüssel, ne? Wir haben noch keinen Schlüssel hier. Weil den kann ich nicht benutzen. Dann plötzlich mit einem Schlosssymbol scheint nicht... Äh, es scheint sich nicht zu bewegen. Ich weiß nicht genau, was ich mit diesem Messing-Schlüssel anfangen soll. Das ist ein bisschen merkwürdig hier. Trial haben wir eingegeben. Ich habe immer noch... Zeigt er uns noch was an? Jetzt ist er gegangen. Okay, das finde ich interessant. Wieso ist er gegangen hier in dem Bild jetzt? Wie geht das? Ein Versuch? Das finde ich ziemlich abgefahren. Die Frage ist jetzt... Wo benutze ich diesen Schlüssel? Wenn das ja nicht immer ein Schlüssel ist, ne? Kann ich da irgendwas checken bei dem Schlüssel? Außer, dass ich ihn drehen kann? Ne, ne? Hm. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich muss da mal ein bisschen weiter schauen. Ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel, muss ich zugeben. Es zieht sich leider ein bisschen länger, weil ich wahrscheinlich dann doch ein bisschen auf dem Schlauch stehe. Manchmal denke ich entweder zu kompliziert oder zu... Bin zu unaufmerksam und dann... Ja. Kommt manchmal sowas bei rum. Ähm. Ich gucke noch mal ein bisschen rum. Es muss noch irgendwas geben hier, auf jeden Fall. Hier können wir nichts machen, weil hier muss was rein. Wir können das hier nicht einsetzen, ne? Ne. Ich weiß nicht genau, wo wir die Schlüssel gebrauchen können. Ich würde den gerne irgendwo einsetzen. Die gesagt hat, dass wir irgendwo was drehen können. Oder so, hier oben zum Beispiel. Das da. Aber das dürfen wir ja nicht. Wir können da nichts machen. Hier hatten wir auch schon alles weg. Man muss aber auf jeden Fall auf jede Kleinigkeit achten. Das finde ich schon ein bisschen krass. Naja, ich schaue mal. Vielleicht finde ich noch irgendwas. Und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.